Willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxilium's Tech Talk. Heute geht es wieder mal um das Thema Red Pill und den ARPL Loader. Ich möchte euch im ersten Schritt zeigen, wie ihr ein bestehendes DSM updatet. Einmal auf VM, also als virtuelle Maschine und einmal als Bare Metal, also direkt nativ installiert. Des Weiteren habe ich noch einen Hinweis für euch. Bei mir auf der Internetseite unter dem Red Pill kommt ihr eine kurze Übersicht, was ihr einstellen müsst. Welche Versionen aktuell sind, Download Link und halt Change Log, also Patch Notes, was geändert wurde an den letzten Versionen. Die zwei aktuellen Stable, die 0.53, die ist gerade eben fertig geworden, deswegen mache ich jetzt das Video. Und dann könnt ihr auch über ältere Versionen, könnt ihr dann hier auswählen und reinschauen. Ja, also fangen wir mal mit der VM an. Ich habe mir dazu wieder mal meine Test-VM. Die ist jetzt aktuell ausgeschalten, weil die ist schon installiert. Aber ich glaube, das mit der Installation, das muss ich euch dann nicht zeigen. Diesen Drücker da, dass er automatisch von Cynology sich das DSM lädt und dann installieren. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Also, holen wir uns mal den aktuellen ARPL bei mir im Github. Geht auch hier über den Download Link. Releases. 0.53. Ich hole mir die EMG gleich und die VMDK. Ich nehme beide mit. Die VMDK natürlich für die Wörterl-Maschine, die EMG für den USB-Stick dann. So, packen wir den Spaß mal. Zumachen, kann man auch zumachen. Ich entpacke gleich die EMG noch mit. Und für die, die es nicht wissen, nach dem Update habt ihr Zugriff auf eure Daten wieder. Also, ihr könnt den Loader updaten, ohne dass ihr eure Daten verliert. Der Loader hat nämlich eine neue Besonderheit. Das zeige ich euch aber gleich. So, ich kopiere mir jetzt bloß fix den neuen Loader bei mir in. Also, hier ist die ARPL VMDK. Kopieren wir jetzt den neuen Loader fix rein. Das ist die 53er. Die VMDK bleibt gleich. Ich kopiere mir jetzt bloß die Flat rein. Weil die enthält die Daten. Deswegen, wenn der Balken hier abgelaufen ist, oder hochgezählt hat auf 100%, ihr werdet nicht sehen, dass sich was ändert. Wir sehen es aber, wenn wir die VM jetzt starten. Wundert euch übrigens nicht, dass bei mir dieser IS-XI etwas anders aussieht. Das ist schon die Beta vom 8. So, das bleibt alles gleich. Genau. 103.10.0.103.7.6.8.1 Wir können es jetzt über diese Webkonsole installieren. Und wir können es, wenn ich jetzt hier im Terminal AIO.sh mache, bekommen wir es genauso. Hier bekommen wir jetzt direkt den AIO-Loader angezeigt. In der Konsole. Über die Webkonsole könnt ihr euch raussuchen, ob ihr das AIO-Menü oder das Classic-Wert-Menü haben wollt. Ich möchte das AIO-Menü. Dann bekomme ich das gleiche, wo ich jetzt hier ein Modell auswählen soll. Bei Main. Ich habe etwas strukturierter. Ihr könnt euch anzeigen lassen, welche Geräte erkannt werden. Das wäre jetzt bei mir bloß für den IS-Auto-Boot die erste Platte, weil die SCSI- und SAS-Platten, die an einem anderen Controller hängen, zeigt er mir hier drinnen leider nicht an. Er zeigt bloß die IS-Auto-Drives an. Und des Weiteren können wir noch die Module auswählen. Das zeige ich euch dann gleich. So. Ich habe, wenn ich jetzt hier ein Modell auswähle, das DS3622XS Plus als S-Auto und als SCSI, das ist die definitiv stabile Konfiguration, wo auch die Synology-Dienste funktionieren. Die anderen hier unten, die ich jetzt eingefügt habe, habe ich sie selbst noch nicht getestet. Es müsste funktionieren, aber deswegen steht Beta dahinter. Die sind noch zum Testen. Das werde ich jetzt am Wochenende tun. Sind aber erst mal mit Vorsicht zu genießen. Dadurch, dass ich bloß eine Festplatte erkannt habe und somit weiß ich, die sind nicht auf SATA, sondern die hängen bei mir auf dem SCSI-SAS, also SCSI-Controller ist es jetzt in dem Fall bei mir, wähle ich die Option ES3622XS Plus SCSI-SAS. So, dann sucht er jetzt ganz kurz, wie viele MAC-Adressen da sind. Das war jetzt bloß eine. Deswegen hat er mir jetzt auch bloß eine MAC-Adresse geschrieben. Das macht er alles automatisch. Da habt ihr nichts zu tun. Genauso dann beim USB-Stick. Die VID und die PID werden automatisch erkannt. Das macht er alles von selbst. So, dann wechselt er auf Exit. Das stimmt. Und dann haben wir... Ah, okay. Da müssen wir hoch auf Gutzel-Loader. Und Feuer. Nein, ich zeige euch erst noch... Liest doch die Module ein. Jetzt zeigt er an, dass er alle Module geladen hat. Kann er tun. Ihr könnt auch sagen, alle abwählen. Und dann bei Module auswählen, nur welche ihr haben wollt. Ich nehme jetzt einfach alle mit. Okay, dass er mir jetzt jedes Mal auf Exit springt, das stresst mich etwas. Das werde ich mal mit der nächsten Version dann noch fixen. Ansonsten... Ab und Boot. Er bootet auch schon. Ich denke, das wird relativ schnell gehen. Kann ich das Terminal schließen. 403. Noch ist er nicht da. Zieht sich. Zieht sich. Timeout. Jetzt hat er es gestartet. So, ich melde mich mal an. Und da sehen wir im Info-Center die Seriennummer, die aktuelle Version hatte ich ja eh schon installiert. Das ist aber egal. Netzwerk, ein Netzwerk-Controller da und halt auch gleich die MAC-Adresse gesetzt. So weit, so gut. Das passt alles. Dann werde ich die VM gleich wieder herunterfahren, weil die brauchen wir nicht mehr. Parallel dazu melde ich mich aber auf dem NAS aus der Wir-Bahn-Ein-NAS-Reihe an. Das ist das, wo ich einen Teil meiner Produktivdaten liegen habe. Also, dieses werde ich jetzt auch herunterfahren. Das wird jetzt kurz dauern. Das können wir schließen. Das können wir schließen. Die hatte ich geladen. Die brauchen wir auch nicht noch. Hier, das hat er auch schon heruntergefahren. Da kann ich mich auch gleich abmelden. Ja, der IS-XI 8, der wird ganz lustig. Ich muss sagen, ich habe einige Performance-Verbesserungen festgestellt. Ich habe aber auch noch einige Probleme festgestellt. Ich habe einen ewig langen Bug-Report an VMware geschickt. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was gefixt. Jetzt schauen wir mal, ob mein NAS schon runtergefahren ist. Ja, ist es. Ich habe mir den USB-Stick gerade abgezogen. USB-Stick steckt jetzt am PC. Dann werden wir jetzt mal in den Downloads. Ihr seht, ich habe die letzten Tage relativ viel mit dem ganzen Spaß beschäftigt, was den ARPL angeht. Das ist ein ARPL-Stick. Seht ihr? Ich werde da jetzt das Update auf die 5.3 raufschmeißen. Start. Start. Und Start. Lassen wir ihn fix die neuen Daten schreiben. Wenn ihr hier oben MBR und BIOS beziehungsweise UEFI CSM anzeigt, macht euch keine Gedanken. Es funktioniert trotzdem. Auch UEFI funktioniert. Ich würde sogar UEFI bevorzugen. Läuft auf jeden Fall stabiler. Zwecks der Module, die installiert werden. Die sind eigentlich für UEFI ausgelegt. So, da ist der Stick auch schon fertig. Dann schließen wir das. Ich stecke den Stick jetzt wieder am NAS an. So, ausgesetzt, ich finde einen USB-Port. Steckt. Und das Einschalten. Und dann brauche ich aber mal. Ach, der hat auch wieder ein Update. Schön. Brauche ich mal den DHCP-Client. Da wird mir jetzt 100 Pro gleich irgendeine Adresse ausspucken, die mir nicht gefällt. Oder die ich nicht im Kopf habe. Ich hätte jetzt auch einfach den Monitor-Output wechseln können. Aber ich wollte es euch über die Konsole zeigen. Deswegen warte ich eigentlich drauf, dass er vom USB-Stick startet. Ja, da haben wir ihn. Da müsste sogar gleich noch eine zweite kommen. Genau. Sind beide da. Also die 10.0.2.101 und da die 7681 am Ende. Das gleiche Menü wie gerade eben. Ich möchte das AEO-Menü. Ich habe alles auf SATA in dem Fall. Weil die hängen alle auf dem Onboard-Controller. Zwei Netzwerkadapter hat er gerade eben erkannt. Habt ihr unten ganz kurz aufblinken sehen. Netzwerkadapter-Conflict-Complete. Schreibt jetzt ein paar Daten noch. So hat er sich die aktuelle Pad-Datei, um den Bootloader zu erstellen. Da hat er sich die alte Pad noch geholt. Was das mit den Patches funktioniert. Dann ist auch schon gepatcht. Ready. Sehr schön. Hier ist Exit okay. Hier ist Exit nicht gut. Wir brauchen Wobb-Boot-The-Loader. Hier kann ich euch zeigen. Bei Show-Drives 5, 6, 7, 8 sind belegt. Die sind grün. Hier hängen meine Platten auf dem ganz normalen Onboard-SATA. So. Gut. Loading-DSM-Körnel. Ich habe es jetzt bloß auf USB 2 stecken. Das dauert jetzt etwas. Hier, wenn ihr mal... Wie seht ihr die Maus? Net-If-Num-2. Mac 1, Mac 2. Der hat auch beide Macs eingetragen. Die VID und die PID müsste auch irgendwo stehen. Die PID hat er automatisch ausgelesen. Soweit passt alles. Das dauert jetzt ein Stück. Weil er erstellt jetzt erst den Körnel dann zum Buden-Led. Und er sagt mir halt auch WF-E-Fi. Also WF-E-Fi ist gestartet. Stimmt auch soweit. Ja, ansonsten wie gesagt, ich habe die letzten Tage sehr viel Zeit damit verbracht, hier einiges anzupassen, einiges umzubauen. Jetzt sagt er Buding. Dann werde ich mal nach den Festplatten-Indikatoren schauen. Ja, es sieht so aus, als ob er was macht. Wird aber noch ein ganzes Stück dauernd, schätze ich. Ja, ich habe einiges umgebaut, habe einige Module hinzugefügt, Addons hinzugefügt, einige Fixes noch geschrieben, den kompletten AIO umgebaut. Ja, ich hatte viel zu tun, dahingehend. Jetzt lädt er das DSM. Wie gesagt, USB-2-Sticks sind nicht die schnellsten. Das dauert, also ist es ein USB-3-Stick, ich habe mir bloß ein USB-2-Port gewählt. Das dauert jetzt etwas länger. Ich habe halt an der Front 2 USB-2, hätte es jetzt auch hinten wieder auf den USB-3 stecken können. Ist übrigens nur beim ersten Start, nachdem ihr den Loader neu erstellt habt. Danach geht es dann fast flüssig durch. Also da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal schauen, ob der SNOS schon wieder da ist. Ja, ist schon wieder da. So, Info-Sender. Angemeldet bin ich noch, das passt, das passt, das passt. Netzwerk, 2,5G, 1G, passt auch. Stadischen IP-Sort auch übernommen. Und Datenverlust leite ich demnach dann auch nicht. Mein SSD-Cache auch noch da. Somit würde ich mal sagen, Update erfolgreich. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann beim nächsten Mal. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann bei mir da. Und wir sehen uns dann, wie wir es beim nächsten Mal. Und wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020